Servus Leute, was geht ab? Viel Spaß bei diesem Video und checkt mir Babos ab, Leute, da haben wir Teil 2 gedreht und viel Spaß bei diesem Video jetzt, Leute. Peace out. Peace out. Oh, hallo, merhaba, Kamira. Hallo, ich bin Fatma, bin 32 Jahre alt. Ich habe Gurken von meinem Garten geholt und ich mache jetzt Gurkenschneiden, mache gleich Essen für meinen Mann. Mein Mann Arschloch, der kommt gleich. Gut, Fatma. Oh. Was machen du hier? Ich mache Gurkenschneiden. Was ist das? Was ist das? Kamira. Oh, hallo, television. Hallo, hallo, hallo. Hey, was ist los hier? Wer berühmt? Hm. Ich ahme. Ich 40 Jahre alt. Mach richtig lang. Was ist das? Ich mache Gurken, Arschloch. Schneller schneiden, schneller sauber. Was ist das? Ich ahme. 40 Jahre alt schlage gerne meine Frau. Diese Frau dumm, ja. Die nichts machen können außer Gurkenschneiden. Wenn man nicht mal Gurkenschneiden kann, die gut ist gleich Kummer spielen gehen. Dieser Mann Arschloch. Für 20 Stunden immer ganze Geld verzeugen, Geld verzeugen. Ich habe gar kein Geld mehr. Ich mache Gurken jetzt aus Garten, weil wir keine mehr kaufen können. Was laberst du? Ich gebe dir deine Geld. Arschloch! Arschloch! Ja, das ist eine Illusion. Du hast Glück gehabt. Hier. Ja, das ist eine Illusion. Ich werde gleich draußen gehen. Freunde kommen. Wir müssen Fahrrad fahren draußen. Ja. Hallo, hallo. 24 Stunden. Du bist am Fahrrad fahren. Bleib doch mal mit deinem Arsch zu Hause. Bleiben! Ahmad! Ahmad! Sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig. Sei ruhig, aufpassen, aufpassen diese Frauen, die verrückt, jo. Nichts als Probleme machen, die nicht auf zu essen. Ahmad! Warte auf essen, wir zusammen essen dann. Hadi, yalla. Wallah, Leute, dieser Ahmad verrückt. Mein Mann, Arschloch, immer mich schlagen. Ich brauche Hilfe von Arbeitsamt, Jobs, halt irgendwas. Aber ich habe Angst, das zu sagen, weil er mich dann schlagen. Eslein. Arschloch, lass mich trinken. Gut. Nein, übertreibt doch nicht. Also ist Salz geworden. Warum diese Frau, jo. Diese noch. Aufpassen, aufpassen, ich gebe nicht Hilfe. Ahmad! Ahmad! Gut, jetzt Kamera aus Television, jetzt gutes Essen, sonst hier schon mal geben. Ah! Ah! Bringt Scheib! Diese Frau verrückt, jo. Nichts machen können. Diese... Ohlala. Mein Bad ist auch viel zu lang geworden. Kinderstress, Partnerstress, alle machen Stress. Ich wollte sie mit der Gumma schmieren, okay? Trinken Scheib! Lass mich da rein! Lass mich da rein! Lass mich da rein! Oh, no problem, ja. Lass dich ver내, bevor ich hier Rücken gebe. Hallo ihr leute da draußen hinter der Kamera. Ich bin hier mit meinem Mann Ahmad. Ich freue mich, dass die Firma von dieser Television Kamera gekommen sind. Ein Tag mit meinem Mann und ich. Ehm, die Firma von der Television hat gefragt, ob wir nächsten Wochen noch eine Folge machen. Die haben uns überlegt, ob wir nächste Woche noch machen. eine folge machen aber jetzt ruhig du reden zu viel ja dann sagt doch auch was bei leute geben daumen hoch machen abonnieren machen wir geben kommentare schreiben amel fatma nächste woche neue video was machen ok jungs muss noch mal lauter reden amelda kommentieren in der in der unten kann man wo und den kommentieren und den kommentieren was wir nächste woche euch zeigen wenn nicht dann bekommen gute schäle oder nicht aufpassen nach schuhe dann gefährlich was machen ich schlage nicht gleich so auf der television aus und wir werden sehen und all vision das hier ist meine mutter ich zeige sie euch nächstes mal sie hat mir ein leichter style mein mann okay ja 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 Das ist schon fast, du gott, du bist jetzt hier. Ja, du bist schon fast. Oh, du bist schon fast. Oh, du bist schon fast. Oh. Oh. Ich fange es. Er sagt, du schützt. Was ist das? Ich komme schon zu mir, ich fange es. Ich komme schon zu dir. Ich bin schon zu dir. Ich bin auch von gut zu verletzten, ich bin schon zu dir. Untertitelung des ZDF, 2020